Hallo und willkommen! Das ist ein AI-generated Video, mit dem Ziel, Menschen zu lernen, Deutsch zu lernen. Geht's! Die Geschichte des Oktoberfestes geht auf die Feier der Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese am 12. Oktober 1810 zurück. Die Felder, auf denen das Ereignis gefeiert wurde, wurden später zu Ehren der Prinzessin Theresienwiese genannt. Trotz seines Namens beginnt das Oktoberfest tatsächlich im September, um das wärmere Wetter auszunutzen. Das Festival dauert traditionell 16 bis 18 Tage und endet am 1. Sonntag im Oktober. Das Oktoberfest ist zu einem Symbol der deutschen Kultur geworden, das die reichen Traditionen, die gesellige Atmosphäre und die Wertschätzung für gutes Bier und Essen des Landes zeigt.